Was die alles kann, wow, das würde ich ja auch gern können. Ich kann ja eigentlich nicht so viel richtig, gut. Wobei, stimmt das eigentlich? Wobei, stimmt das eigentlich? Ist es so leicht zu spüren oder ist es gar nicht leicht, dass ich für mich selbst anerkenne, was ich alles kann? Ganz schön oft sehe ich bei anderen Menschen, was die alles gut können. Und ich denke mir, wow, das kriege ich ja nie so gut hin wie die. Ich habe mich vor ein paar Monaten mit meinem Cousin ausgetauscht. Er macht bald seinen Schulabschluss, ist also deutlich jünger als ich. Und er hat für sich schon den Beruf im Blick, auf den er Lust hat. Und er weiß, dass ihm dieser Beruf Spaß machen wird. Und dass er deshalb auch gut in diesem Beruf sein wird. Ich glaube, es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass jeder, auch Sie, auch Du, auch ich, etwas Spezielles bekommen hat, worin wir alle auf je unterschiedliche Art und Weise gut sind. Das muss nicht immer nur der Beruf sein. Das kann auch beobachten oder gestalten oder sensibles Wahrnehmen sein. Ich finde, dass das auch eine sehr wichtige Nachricht für junge Menschen ist. Ich habe da die Konfis oder die Jugendlichen vor Augen. Du bist begabt. Du kannst so viel. Versuche, ohne Druck herauszufinden, was deine Begabung ist und bleib dem dann auf der Spur. Das betrifft ja nicht nur junge Menschen, sondern das betrifft auch Menschen in jedem Alter. In der Bibel schreibt Paulus an eine Gemeinde in Rom. Da muss es auch viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Begabungen gegeben haben. Denn Paulus schreibt, es ist wie bei unseren Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Also sie, du, ich, wir haben alle unsere Begabungen. Und damit sollen wir uns gegenseitig ergänzen. Unser unterschiedliches Können sollen wir zusammentragen, damit es uns allen nützt. Im ganzen Leben, aber auch hier in der Kirchengemeinde. Wir sind außerdem alle zusammen mit Jesus Christus verbunden. Der Glaube an Gott ist unsere große Gemeinsamkeit. Trotz der vielen Unterschiede bei unseren jeweiligen Begabungen. Geht also gesegnet in diese Woche und behütet. Und bleibt eurer Begabung auf der Spur. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020